Gräf nur Woche 24. Ich habe mich um den Mann auf dem schwarzen Pferd gekümmert. Er verhielt sich sehr merkwürdig. Er schrie Worte in einer fremden Sprache. Das überrascht mich überhaupt nicht. Wenn ich bedenke, was ich sonst alles von den Bauern gehört habe. Okay. Na dann. Unsere Hexe. Euer Gnaden. Hexe zurückgekehrt. Euer Gnaden. Es war ein Hinterhalt. Lichter im Wald? Eine magische Anomalie? So heißt das Wort. Das war nichts als ein Köder. Sie dachten, sie könnten mich überraschen, aber ich war wachsam. Ich entdeckte deren Fußspuren im Wald, bevor ich zu ihnen kam. Bauern mit Schwertern und Sperren warteten auf mich. Ich wusste es besser. Anstatt zu kämpfen, floh ich und kam sofort zurück. Ey, kann das passieren, dass die umkommen? Das wäre ja jetzt krass. Gut, dass die entkommen ist. Stell dir mal vor, die wäre umgekommen. Das kann bestimmt passieren, ey. Fuck. Oh, und lasst mich euch versichern, dass keine Magie im Spiel war, euer Gnaden. Nur Männer bewaffnet und bereit zu töten. Zu töten. Jemand versucht unsere Kräfte zu schwächen. Wir müssen beim nächsten Mal vorsichtiger sein, euer Gnaden. Also es kann wirklich, bestimmt wirklich passieren, dass die, ähm, ich muss mich mal umsetzen, dass die, äh, dass sie sterben, oder? Das wäre ja krass. Der Mann erschien ziemlich verdächtig. Ich hätte es wissen müssen. Erschien der wirklich ziemlich verdächtig? Müsste ich nochmal nachgucken. Krass. Okay. Okay, ich werde die also nicht einfach mehr losschicken. Da. Zu euren Diensten, euer Gnaden. Da. Taubo verfügbar. Ich suche nach Verbündeten. Da. Lord Jovan erwähnte, dass ihr helfen könntet. Ja, aber noch? Ach ja, ich habe von euren Problemen gehört, euer Gnaden. Radiovianer haben vielleicht keine richtige Kampfausbildung, aber nur die Götter wissen, was ihnen zur Verfügung steht. Da, Mompino. Meinem 80 Männer, 4 Gold und 2 Vorräte werden eine große Bereicherung sein. Baba, du ist aber auch. Als edler Ritter ist es meine Pflicht, den Bedürftigen zu helfen. Baba, wohnen. Baba, wohnen. Baba, wohnen. Ich kann dir doch nicht zulassen, dass Lügner die Ehre eines Ritters beschmutzen. Kibi. Die Kämpfe um Brianna. Keldjur. Unter meinem Kommando wurde die Armee des zweiköpfigen Vogels besiegt. Ich habe zu meiner Zeit drei Finger verloren. Ich habe viele Knochenbrüche ertragen. Aber Noaksei. Keine einzige Narbe. Selbst der beste Schwertkämpfer trägt Namen. Viele haben gekämpft und sind gestorben. Die Abababoba. Dieser Noaksei zeigt mir eine einzige Person, die seine Leistungen bestätigen kann. Jemanden, der ihn tatsächlich in einem Kampf gesehen hat. Nach allem, was wir wissen, sind es nur hübsch formulierte Lügen. Das ist dieser Typ, der so viel von sich geredet hat da. Noaksei ist ein Lügner und ich bitte euch, mir zu helfen, es zu beweisen. Noaksei ein Lügner? Er wirkte auf mich nicht wie ein unehrlicher Mann. Aber das war der Typ, der diese ganzen Geschichten erzählt hat. Von sich und so. Und wie er Drachen tötet und so. Ist das der gewesen? Hat er euch die Geschichte von dem Greifen erzählt? Es war etwas mit einem Greif und einem Baum. Er setzt den Baum in Brand. Der große Greif kommt und seine Jungen, genau, zu retten. Steckt dabei aber seine Flügel in Brand. Der Greif fällt und Noaksei steckt ihn nieder. Streckt ihn nieder. Nein, er hat mir erzählt, wie er einen Drachen besiegt hat. Das ist egal. Gleiche Geschichte, verschiedene Details. Manchmal ist es ein Drache, manchmal ein Greif oder ein Wiefern. Es gibt immer einen Baum, Jungtiere und so weiter. Ich habe genug gehört. Wobei, genau braucht ihr Hilfe. Sagt ihm... Er redet cool. Sagt ihm, dass es im naheliegenden Wald ein Lichhai gibt. Die Kreatur ist nur eine Geschichte und natürlich nicht da. Hört, was er sagt. Wenn er euch Beweise bringt, dann erwischen wir ihn auf frischer Tat. Helft mir, allen zu zeigen, woraus er wirklich gemacht ist. Und ich werde in einem weiteren Kampf an eurer Seite stehen. Okay. Das ist alles. Oh, 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 oh. Das sind aber viele Einträge. Das ist erstmal alles. Wie ihr wollt, Eure. Okay. Hat er uns denn Armee zur Verfügung gestellt? Ah. Schwierig. Muss ich gleich mal schauen. Wir können nirgend... Wir können... Wir können nirgendwo anders Hilfe ersuchen, Eure Gnaden. Banditen herrschen über unser Dorf. Sie sagten, sie würden uns die Kehlen aufschlitzen, wenn wir zu euch kommen. Aber wir können nicht länger unser Essen essen. Unseren Wein trinken. Und unsere Frauen benutzen lassen. Ja, der. Sie sind gut ausgerüstet und wir Bauern wissen nicht, wie man kämpft. Wir haben keine Chance. Bitte sendet Eure... Euren besten General, bevor es zu spät ist. Mach ich. Es war richtig, zu mir zu kommen. Ein General wird sofort losziehen. Dieser Abschaum wird für seine Taten bezahlen. Ihr habt mein Wort. Danke, Eure Gnaden. Wir wussten, dass wir uns auf euch verlassen können. Ich gehe lieber schnell nach Hause, verbaracketiere die Türen und warte ab, bis alles vorbei ist. Okay. Oh, oh, hey. Wer ist das denn? Weisssager. Okay. Das ist wieder so eine Hexe, ne? Das ist wieder so Musik hier. Seid gegrüßt, Eure Gnaden. Darf ich näher kommen? Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ihr habt eine sehr interessante Aura, Erik. Lasst mich Eure Zukunft lesen. Ich sehe schon, es wird sehr interessant, ja. Ich sehe. Glaubt ihr nicht an Schicksal, Eure Gnaden? Ich habe viele Königen Weiss gesagt, ja. Und normalerweise habe ich recht. Nur zwischen euch und mir. Oh, la, la. Ich verspreche euch, erzähle euch Dinge über euch selbst. Und sie werden die Wahrheit sein. Und dann werdet ihr mich bezahlen. Ansonsten müsst ihr nicht bezahlen, ja? Gut. Oi. Oi. Hm, aha, in Ordnung. Ich verstehe, ja. Ich sehe, ihr hattet eine lange Reise in eurem Leben. Ja, ich verstehe. Hypnos. Eine Art Parolienabteilung. Und ihr seid tot. Oh nein, nein. Das ist zu weit in der Zukunft. Gehen wir ein Stück zurück. Eure Reise. Schwierig, aber ihr wart glücklich. Umgehend von denen, die euch lieben. Aber ich sehe, dass es Schwierigkeiten gab. Sie haben eure Beziehungen beeinflusst. Einige Beziehungen wurden gestärkt. Aber einige werden zerbrechen. Nun gut, ich mische die Karten. Und ihr seht mir weiter in die Augen. Eure Aura wird mir sagen, was ich aufhören soll. Dass ich aufhören, wann ich aufhören soll. Ja, ja, weiter mischen. Gut, ich glaube, das ist es. Mal sehen. Oh, der Name. Aber keine Sorge, das heißt nicht, dass ihr einer seid. Natürlich nicht. Es bedeutet, dass ihr etwas Neues macht. Ein neuer Zyklus. Und ihr verlangt von anderen, dass sie euch vertrauen, ja? Hm, aha, gut. Man mag euch vertrauen, aber ihr müsst Geduld haben. Die nächste Karte ist... Gerechtigkeit. Ja, natürlich, sehr. Das Bedürfnis nach Ausgewogenheit und Urteilsvermögen. Ihr werdet den Frieden suchen. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass euch bald etwas beunruhigt. Nein, also. Die letzte Karte ist... Der erhängte Mann. Es bedeutet, dass ihr versucht, etwas Großes zu erreichen, ja? Etwas, das euch stresst und unglücklich macht. Ihr werdet weiterhin versuchen, diese Sache zu erreichen. Es wird Schwierigkeiten geben. Es ist der Sex oder der Krieg. Es bedeutet, dass alles, was ihr wisst, auf den Kopf gestellt wird. Eine neue Information. Vielleicht gut. Vielleicht schlecht. Das ist alles, euer Gnaden. Was? Ich soll die jetzt bezahlen für den Scheiß? Sorry, aber... Ja, die hat recht gehabt, aber... Ja, hier, bitte, komm. Hau ab. Ich hab kein Geld mehr. Ach, hab ich jetzt erst... Jetzt hab ich 10. Ich... Es hat ja abgezogen. Ich hatte vorher 24. War das so? Hier ist... Hier ist eure Vergütung. Nun, danke euch. Ich sagte euch, ich habe recht. Auf Wiedersehen, euer Gnaden. Das ist doch alles nur Blödsinn. Alles nur... Zeug. Verbündete Archiv. Archiv. Ich will mal im Archiv gucken. Wir haben jetzt so viele neue Einträge. Der Held, den jeder braucht. Ist das der? Sir Friedrich glaubt, dass alles, was Noxay sagt, eine große Lüge ist. Okay. Die Oberhand. Lehn's Herr Jovan bot sein Bündnis an. Sir Friedrich war sehr begeistert von der Idee, uns während der Schlacht zur Seite zu stehen. Allerdings nur, wenn wir ihm zuerst helfen, zu beweisen, dass Noxay, der Drachentöter, nichts anderes als ein Scharlatan ist. Babushka. Babushka. Die verängstigste Bauerin kehrte in den Thronsaal zurück und berichtete, dass Babushkas Männer drei Dörfer übernommen hatten. Sie sagte, dass sie die Leute zwingen, ihre Kinder zu überfüttern. Sie bat uns, unsere Agenten zu den drei Orten zu schicken. Wo ist denn das mit der Hexe? War das das? Der General half Tolando mit dessen Gedicht. König Erik hat dem Händler geholfen, ihm tauscht für mehr Gold in Zukunft. Banditen bedrohen ein Dorf. Der König hat beschlossen, ihn so bald wie möglich mit einem General und seinem Das-wahr-das-Wahrsager. Eine Wahrsagerin besuchte heute den Thronsaal und bot dem König eine Lesung an. Der König hörte sich die Weissagung an und verlegte ein, die Dame zu bezahlen. Okay. Asalia. Was haben wir da Neues? Warum? Erik wurde unmächtig. Achso, das sind die Sachen, die letztes Mal passiert sind. Okay. Warte mal. Auf der Suche nach Jonas. Geschäft ist Geschäft. Heiliger Schrein. Zutaten des Zauberers. Ora. Orakeleckereien. Okay. Warte mal. Aber ich habe dann Verbündete. Da. Noxay. 180 Leute. Und der hat nur 80. Aber dafür hat er 4 Gold. 80 und 4 Gold. Aber 100. 100 weniger. Das ist viel. Also die habe ich alle auf meiner Seite. Den Sir Friedrich noch nicht. Ach, Jo... Jo waren auch noch nicht und Lena auch nicht? Was war denn mit denen? Warum habe ich die denn nicht auf meiner Seite? Doch die... Was ist denn das? Was bedeutet eigentlich, dass das davor ist? Wenn es grün ist, sind die auf meiner Seite. Wenn rot nicht. So. Und... Das heißt... Noch gar nichts? Was war denn mit Jo waren... Ich muss gerade erstmal wieder klarkommen. Warte mal. Jo waren. Was war mit Jo waren? Den hatte ich doch gerade was zugelesen. Da. Da. Lehen es ja da. Oberhand. Sir Friedrich war sehr begeistert von der Idee, uns während der Schlacht zur Seite zu stehen. Ach so. Jo waren war... Jo waren ist auf unserer Seite. Nur wenn Sir Friedrich auf unserer Seite war. Das war das. Genau. Genau. 120 plus 80 sind mehr als das. Der hat zwar 5 Dingens, aber die bringen echt viel Gold mit sich, die zwei. Ja dann scheiße ich lieber auf den, oder? Also ihr wisst schon. Nicht scheißen, aber... So. Ja gut. Ähm. Dann muss ich den Typen einladen. Den hier. Und den wohin führen. Dann. So. Alles klar. So. Ähm. Ist denn irgendwo noch was zu tun im Schloss? Steh mal auf. Hier. Gärten. Okay. Ja, Vater? Nächtlicher Streich. Ach so, ja. Was hast du Sendani neulich nacht angetan? Ich weiß. Ich verspreche, dass ich das nächste Mal ein schöneres Mittel als Brennnesselpulverwenden werde. Ein schöneres. Ars. Ich vermisse es einfach, Maya zu sehen. Sie hatte immer die besten Einfälle. Du weißt, dass sie nicht hier sein sollte. Ich weiß, aber ich vermisse sie einfach. Warum spielst du nicht mit jemandem aus dem Schloss? Die sind alle langweilig. Sie wollen nur über Tanzstunden sprechen oder über das richtige Verhalten am Tisch oder darüber, wie Besteck platziert werden sollte. Es ist schrecklich. Du hast bewiesen, dass du einfallsreich bist. Ich bin sicher, du kannst dir etwas Interessantes einfallen lassen. Ich weiß, es tut mir leid. Vielleicht kann ich die Diener ein bisschen schikanieren. Ars. Oh, jetzt habe ich es weggedrückt, sorry. Dieser Riss im Boden sieht komisch aus. Als ob jemand etwas bewegt hätte. Ich konnte nicht da runter schauen, aber vielleicht ginge es, wenn man ein paar Nadeln hätte. Aha. Okay, Nadeln. Okay. Also, wenn irgendjemand Nadeln hat, brauche ich Nadeln. Ach so, pass auf dich auf. Mach keine Dummheiten. Es tut mir irgendwie leid mit der. Ich habe, ich... Aber ich konnte nichts anderes als die wegschicken, ne? War so. Ja gut, dann wenden wir das die Woche. Die Hexe vielleicht doch irgendwo hinschicken? Huh. Nö, eigentlich nicht, oder? Die Hexe. Ich kann die Hexe wohin schicken? Soll ich das machen? Ich habe die Hexe noch nie hierhin irgendwo hingeschickt. Ist dann danach wieder direkt da? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, oder? Warte mal, habe ich irgendwas, wo die Hexe auch Sinn macht, hinzuschicken? Auf der Suche nach Jonas. König Erik hat den Gefangenen an Lady Masha übergeben. Er wird wahrscheinlich bekommen, was er verdient. Und das war das? Das war das? Nachdem der Lord mit einer Verbrennung der Gemälde konfrontiert... Ach so, das war das. Gläubige baten König Erik um Hilfe bezüglich eines Opfers, das sie in dieser Nacht darbringen wollten. Der König unterstützte solche Veranstaltungen nicht und beschloss, ihnen nicht zu helfen. Genau. Zutaten des Zauberers. Der Hofhexe anzubieten, aber der Zauberer lehnte sie ab. Der König beschloss, den Betroffenen mit Gold zu helfen. Nebel im Wald. Der König hat diese Bitte ignoriert, da sich die Menschen wahrscheinlich nur in den Wäldern verlaufen. Nebel im Wald. Aber wo war das? Weiß ich gar nicht, ne? Weiß man gar nicht, wo das war. Die Hofhexe hat geholfen, den Mann zu heilen. Okay. Dann behalte ich die Hofhexe. Dann schicke ich die jetzt nicht weg. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht mit dieser Karte hier immer. Komm, ich beende die. Ich beende die Woche. Es steht noch ein Agent für weitere Befehle zu verfolgen. Ja. Kann ich noch irgendwas anderes mit der machen? Ich kann die nur auf die Karte wegschicken, ne? Heimat von König Erik. Das habe ich mir noch nie angeguckt. Fällt mir gerade auf. Versteckte Hütte. Alles, wo Fragezeichen ist, muss erkundschaftet werden, ne? Ich habe irgendwie Angst jetzt, dass mir die Hexe hops geht nachher. Okay, komm, ich schicke Hexe in Sand. Ich schicke die einfach mal weg. Komm. Soll sie mal machen. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie falsch. Ich kann ja in den Wochen wieder zurückgehen. So, okay. Hier muss ich alles nichts machen. Der General ist weg. Die Hexe kriegt elf. Ich habe nur 18 Gold, ey. Puh. Naja, gut. Speichern und fortfahren. Greffnurwoche 25. Oh, siehst du, sie ist schon wieder zurück. Schau mal eine an. Richtig viele Leute heute. Richtig viele Leute heute. Oh ja, Gnaden. Ich habe eine Gruppe von Kindern im Wald getroffen. Sie sucht nach der Farnblume. Scheint, als hätten sie sich... Hätten sie nicht gewusst, dass sie zu dieser Jahreszeit nicht... Sie... Dass sie... Dass sie zu dieser Jahreszeit nichts finden würden. Gut, dass ihnen nichts Schlimmes passiert ist. Ich habe sie zu ihren Eltern gebracht und sie dankten mir mit allem, was sie hatten. Oh. Einige Vorräte und ihrer Dankbarkeit. Oh. Okay, ich werde die Hexe jetzt öfters wegschicken. Das ist ja krass. Da ist er. So, wir haben einen Dienst neu ergenahmt. So, es gibt ein Monster. Sir Friedrich hat eine Falle gestellt. Nein, es gibt ein Monster. Wir haben ein Problem mit einem Monster. Aha. Ihr habt also euer eigenes Monster, euer Gnaden. Lichai ist der Name. Hm, es ist eine kleine Kreatur. Stellt euch ein Schwein vor, aber haarig, mit langen Krallen und Hörnern. Poken, Poken. Genau, der war das. Der sagt immer auch Poken, Poken. Sie können gefährlich sein, aber für mich wird es ein Kinderspiel. Ihr könnt meine Rückkehr in Kürze warten. Das ist alles. Das klingt immer so komisch, dieses als ob was schlecht ist. Das ist vorerst alles. Wie ihr wünscht euer Gnaden? Wer ist das? Söldner. Oh, gehören die alle zusammen? Euer Gnaden. Wir fanden diesen Betrüger in einem Gasthaus. Ach. Moment, wer ist denn jetzt der Betrüger? Der da? In einem Gasthaus. Er machte Ärger, also riefen die Einheimischen um Hilfe. Er hätte fast den ganzen Ort dem Erdboden gleich gemacht. Zuerst spendierte er eine Runde für das ganze Haus. Nach ein paar weiteren Runden wurden alle rüpelhaft. Es kam zu einem oder zwei Kämpfen und von da an ging es weiter. Der arme Gastwirt räumt wahrscheinlich immer noch auf. Normalerweise würden wir euch nicht mit so einer Eskapade belästigen, aber es hatte eine Menge Gold ausgegeben. Die Jungs dachten, es wäre das Beste, euch Bescheid zu geben. Vielleicht hat er es gestohlen oder jemanden ausgeraubt. Es könnte mit einem der Fälle zusammenhängen, von denen man täglich hört. Mal sehen, was er zu sagen hat. Vergeudet meiner Zeit nicht betrunken. Mal sehen, was er zu sagen hat. Lass ihn reden. Ich kenne den Mann. Das ist der hier, ne? Ich habe dir mein Geld geliehen. Wo ist es? Ich nehme an, du hast keinen Gewinn gemacht, indem du es für billigen Wein im Gasthaus am Straßenrand ausgegeben hast. Ach stimmt! Wir haben nichts bei ihm gefunden. Er sieht nicht aus wie jemand, der sein Geld lange behalten würde. Er ist nichts weiter als ein Säufer. Ich verbringe genug Zeit mit der Bevölkerung, um seine Art zu kennen, euer Gnaden. Wir müssen beim nächsten Mal vorsichtiger sein, euer Gnaden. Wir sollten wirklich überlegen, wer unsere Unterstützung verdient. Ja, Mann. Ist ja gut. Lasst ihn gehen. Werft ihn in den Kerker. Ich denke, einige Zeit hinter Githan wird ihn lehren, seine Königin zu belügen. Schon dabei, euer Gnaden. Tja, sowas muss auch sein. Okay, das... Break a finger thaw. Euer Gnaden. Ein starker Sturm ist über unser Dorf hereingebrochen. Es gibt noch eine... Keine Opfer, aber der Sturm kommt immer wieder und wird immer stärker. Mama, Mama! Unsere Häuser haben bereits viel Schade. Ich bin so schnell zu euch gerannt, wie ich konnte. Können wir auf ihre Hilfe zählen? Eine Hexe kann eure Häuser schützen. Der General hilft beim Wiederaufbau. Nehmt einige Vorräte. Es tut mir leid. Äh, Vorräte? Ich hab so viele Vorräte. Soll ich denen nicht mal ein paar Vorräte geben? General ist nicht da. Die Hexe konnte ich nehmen. Aber... Will ich das? Warum eine Hexe kann eure Häuser schützen? Warum? Wovor? Ach komm. Vielleicht kann die Hexe euch helfen, eure Häuser zu beschützen. Ich schicke sie gleich zu euch. Oh, it's so good. Oh toll, das könnt ihr tun. Das hoffe ich sehr. Danke, euer Gnaden. Scheiße, hoffentlich... Hoffentlich war das gut, ey. Irgendwie da hatte ich jetzt ein ungutes Gefühl. Euer Gnaden, euer Gnaden. Die sind hinter mir her. Bitte helft mir. Ich ha... Okay, ihr müsst anders reden. Ich habe eine kleine Bäckerei auf dem Markt. Ich mache Kuchen und dergleichen. Sogar ziemlich gute. Nebenbei betreibe ich auch ein kleines Nebengeschäft. Leute nennen es Orakelstaub. Es kann einem helfen, die Zukunft zu sehen, sagt man. Alles lief gut, bis lokale Gauner kamen und sie begannen, mehr und mehr Staub zu verlangen. Sie drohten mir, als ich mich weigerte. Sie sagten mir, sie würden mein kleines Mädchen nehmen, wenn ich ihnen nicht mehr bringe. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll, Herr Gnaden. Ich habe kein Gold mehr, um mehr Staub zu kaufen und ich möchte auch nichts mehr damit zu tun haben. Ich wollte nur ein paar zusätzliche Münzen verdienen. Nee. Ich helfe dem nicht. Der hat Staub verkauft. Orakelstaub. Wir sind gegen Drogen. Keiner macht ihn Drogen. So. Ich werde einen General entsenden. Du kriegst... Hab ich nicht? Geht nicht. Selbst wenn ich einen General zu denen... Oh. Selbst wenn ich einen General zu denen schicken würde, hätten sie wahrscheinlich Freude, die euch... euch und eure Familie finden würden. Ich hätte... Ihr hättet kein Orakelstaub verkaufen sollen. Er zieht sehr schnell Banditen an. Ich schlage vor, ihr packt eure Koffer und verlasst... Verlas... Und ver... Und verlasst Darwin. Also verlasst Darwin. Sonst hören sie nicht auf, euch zu belästigen. Aber euer Gnaden, ich habe hier ein Geschäft. Ich kann nicht einfach alles zurücklassen. Ich denke, ihr habt recht. Ich packe meine Sachen. Meine Frau warnte mich, dass dies nicht gut enden würde. Tja. Das stimmt. Da hat deine Frau recht gehabt. So. Verlorene Waren des Händlers. Es stellt sich heraus, dass der ausgeraubte Händler gar kein Händler war. Ach, das war der genau. Ach genau, ein Händler war das. Er war nur ein betrunkener Bauerntrampel, der das ganze Gold, das wir ihm gegeben haben, in einer Schenkel ausgab. Der König beschloss, ihn einzusperren, um ihm eine Lektion zu erteilen. Er teilen. Soll das heißen wahrscheinlich. König Erich konnte dem Mann nicht helfen und schlug vor, Darwin endgültig zu verlassen. Jo. Ich stehe nochmal auf. Ich gucke mich nochmal um. Und dann... Ach, guck mal hier. Okay, ja genau, und verließ es der ja jetzt. Der Söldner. Euer Gnaden, bitte. Ich dachte nur, alle anderen bekommen Gold vom König. Warum sollte ich es also nicht? Bitte lasst mich raus. Ich werde nie... Ich werde das nie wieder tun. Ich verspreche es. Du wirst hierbleiben. Kuyurika? Du hast Gold vom Königreich gestohlen. Dafür musst du entsprechend bestraft werden. Du wirst hierbleiben, bis du deine Lektionen gelernt hast. So sieht's aus, mein Freund. So sieht's aus. So. Ich muss, glaube ich, gar nicht zurückgehen, oder? Ich kann das, glaube ich, woanders abenden. Die Woche. Egal. Okay. Wir haben niemanden mehr. Wir könnten noch jemanden rufen. Wollen wir den schon rufen? Und den Bescheid geben? Ja, ne? Lord der Zeit abwesend. Ach so. Ach ja, die sind beide beschäftigt. Ah, guck hier. Na, stimmt. Was war mit der noch? Was war mit der Lena? Die müssten die halt hier auch hier aufführen, finde ich. Detailsanmöglichkeit. Okay, ich kann hier nicht irgendwie... Die Hochzeit. Verbündete fürs Leben. Mein anhaltender Groll. Was war mit der? Sturm. Okay. Ich finde den Namen aber auch gerade nicht. Ich weiß nicht mehr, was mit der war. Warum haben wir die noch nicht auf unserer Seite? Und was heißt das mit diesem Diamant? Soll ich die einfach mal einladen? Mal gucken, was da so los war? Ich mach das mal. Keine Ahnung. Okay. Alles klar. Das ging ja schnell, ne? Woche 25. Boah, wir haben gar nicht mehr so lange, ne? Lass mal eben schauen. Vier Wochen nur noch. Vier Wochen nur noch, Leute. Nur noch vier Wochen. Sold der Armee. 31. Star. Star und General. Star. Ach, das ist der. Hexe ist draußen. Aber es sieht ja hier wieder ganz gut aus. Das sieht eigentlich auch gut aus. Ja, boah, wir haben nur noch vier Wochen, bis die Radovianer kommen. Mir ist Angst und Bange. Ich frag mich echt, wie das ausgeht, ey. Ihr euch wahrscheinlich auch. Ich bin echt gespannt. Ja. Dann, äh, schauen wir mal in der nächsten Woche, was, was so los ist und was, was mit der Frau war. Ich weiß nicht, was war mit dieser, dieser einen? Die hatten die auf jeden Fall schon mal eingeladen. 300, äh, 300 Dings hat die gehabt, ne? Armee. Wir hatten die schon mal eingeladen. Ich weiß nicht mehr, was da war. Aber gut, das werden wir dann rausfinden in der nächsten Folge. Ähm, ja. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.